wir müssen rausgehen, lass mal suchen was denn? wieso steht hier open? das war da hab ich ja schon da ist die tür hier gewesen ach so aber die tür war aufgegangen bevor, wie spät ist das? 19 Uhr ah ja toll wir müssen schnell durchgehen Richtung Schlafens ja und der ist war der hier links oder? ne rechts ich weiß nicht wo du bist ich find deinen namen schon wieder nicht mehr schön da ledig da ich glaube da war irgendwo hier weiter kommen wir hier hoch? nein bis unten drunter? ne rum rum hier kommst du rauf, genau da bist du irgendwo hier war der glaube ich ne hier nicht dann nochmal drunter durch wir kommen ganz schön den spinnen zu nah ja aber da war auch unser Schlafpunkt hier ist er schon 20 Uhr? ne 20 Minuten noch ich weiß warum das vorhin nicht ging mit den Dandillen weil du später rausn hattest nein den haben wir statt den ha so den haben wir statt dem ich war der axt spät äh gleich 20 Uhr jetzt ja 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 ich komm ich komm ich komm mach mir hier keine Welle so weg hier ich würde mich mal gern ein bisschen umsehen mit dir irgendwie dass wir mal ein bisschen weiter nach oben kommen irgendwo ja aber hier von den spinnen weg war er nicht aber der Baum ist halt ein guter Aussichtspunkt wenn du mal hoch gehst lass mal um auf das guck mal das häuschen da die Lampe ja da kann man hochgehen das weiß ich ja lass mal da rauf gehen dann mal ein bisschen umsehen komm ich hoch nein weiß dass man da rauf gehen kann ja es geht mir eher darum dass wir uns mal umsehen ein bisschen weiß nämlich wer da drauf war ich auch hier ist ein Marienkäfer ja nö jetzt nicht wir brauchen das Vogelbad ja runtergefallen na klasse ich bin jetzt hier hoch Vogelbad deswegen ist die Tiefenschälfe macht es nicht grad leicht krass wie klein man da nicht ist ne da hinten hinter den Rosen da hinten hinter den Rosen da hinten da ist noch ne Lampe da ist noch ne Lampe da ist noch ne Lampe wo wir da mal hängen gehen wo sollst du wo sollst du Vogelbad Vogelbad was ist da da was da da vor der Hecke äh schalt jetzt grad die Sonne drauf da müssen wir hin da gehen wir jetzt hin oder da müssen wir jetzt hin hast Bock gehen wir hin gehen wir hin aber können wir können wir kurz ähm ich find das so gut mit dem nicken und so nein ähm 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 sei froh dass du das Rennen gewonnen du warst zuerst unten toll das macht mich jetzt glücklicher ja wo bist du das ist nicht schön na hier oh schockschwere Not du fragst wo ich bin du hast doch schon gut guck mal da ist Marini ich hab Hunger würdest du jetzt schon gegen Marini kämpfen nein Konsum ich hab keinen Hunger mehr ich hab jetzt ne Ei ei eine Dings gegessen oh der der frisst gerade irgendwas so wir müssen da 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 lang da müssen wir aber an den Spenden vorbei das ist dir klar ich rede voll am Rad äh warte mal wo müssen wir hin da zum Haus müssen wir oder nicht sie sagt ich soll nicht vorrennen hallo lass doch erstmal gucken ob wir noch was zu essen kriegen in dem Ding ich hab zwei Pilze und ich hab ähm noch eine Eichel okay aber ich bin halb voll jetzt erstmal gut ich auch lass uns mal versuchen trinken hab ich nicht so da vorne wechseln da vorne bewegen sich die Blätter da gehe ich nicht lang dann gehen wir da nicht lang genau gucken wir es mal hier aber ich weiß dass hier ein Aufspender rumlaufen ne ja ich weiß und da diese roten da ist eine da an der Mauer links ist trinken an dem ersten roten Blatt wir haben noch keine roten Blätter was ist das hier für trinken kann man das hier nicht trinken doch 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 genau das nimm doch nimm doch dadurch wird auch dein Hunger besser das ist aber nicht gutes trinken das hat nicht aufgeladen doch mach weiter mach weiter doch ja da ist noch mehr hier ist noch ganz viel das sind diese Saftdinger das hier sind die Saftdinger aber das andere waren keine Saftdinger doch die geben dir halt Hunger und Durst deswegen sind es Saftdinger aber müssen wir noch so Rosenblätter holen die lagen da hinten können wir auch noch erforschen da hinten ist das Vogelhaus ne das ist ne Lampe hier ist noch Honeydew gerne nimm mit ok ja ich will nicht immer alles zuvor nehmen was du hier ist noch ein Rosenblätter ich nehm mal mit wozu brauchen wir die für Fallen oder was äh möglich guck mal hier hier gibt es ich hab ne Polle die haben noch nie ne Polle gehabt du was hier gibt es hier gibt es stacheln an dem da hier an diesem hier ach so mit der Axt ja genau oh Golem schöne Krone so ich hab ne Polle aufgesammelt mit der können wir bestimmt irgendwas forschen ne Polle? ja hier ist Wasser aber da vorne ist ne Spender warte da ist gelbe sind Pollen hier sowas hier ich glaub ich ne hier ist noch ne Polle das ist ein Nektar Nektar hatten wir auch noch nicht ne? kann man die eigentlich hier pass auf geradeaus ist einer Spende gerade durchgegangen da ist ne Spende gerade durchgegangen ja hier ist auch ein Spender von denen ja ja da muss man durch ne? ich glaub schon aber dahinter ist jetzt die Spender wollen wir es versuchen oder was? ich überlege aber da ist nämlich noch mehr Zeug also wir müssen halt versuchen oh ich versuch gar nichts ich bin nach Hause ich bin nach Hause lauf nicht kämpfen äh lauf sie ist hinter dir her ne? lauf doch äh ich muss nur was gucken ach man respawn aber ich möchte diesmal meinen Rucksack haben weißt du warum oh übrigens hier sind Tropfen in unser in unserem Netz ok wie die Pfeile einfach mal gar nichts bringen was hast du denn gedacht den Rucksack will ich wieder haben denn da ist jetzt wertvolle Fracht drinnen wegen die Wasser äh gute Frage mag ich Wasser? das ist also das Wasser da meine ich hier ne? das Ding ist die tut mir jetzt grad nichts ja ich bin auf dem Weg noch 300 cm was brauche ich für 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 Pfeile ähm Nadeln und diese roten Puscheln weil die Spinne ist nämlich halbtot ja Nadeln habe ich und einen roten Puschel das war's ich brauch zwei für fünf Pfeile ich bin am kommen wow 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 oh god das ist gemein zwei gegen einen ich seh Marini ich seh deinen Namen zwei Marini zwei Marini lol ich gott wo ist ja alles voller spenden du bist tot ich sehe dich ja ich hab ja auch prima lauf 75 zentimeter was ist hinter mir gar nix 75 zentimeter 23 zentimeter nein ich habe keine energie mehr warum geht wenig so ich habe meinen rucksack ich habe meinen rucksack ich stehe jetzt hier am wasser ok kannst du da hinkommen ich will ich nicht ich sehe dich scheiße die hat rote augen die spinne die weiter da habe ich nicht gesehen ich habe meinen rucksack wieder was sagst du dazu sehr gut ich habe keine pfeile mehr wenn du eine spinne siehst mit elf pfeilen im gesicht dann weiß ich habe nur acht warte mal apropos elf pfeile ja 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ich habe sie alle wieder ok hier ist auch noch ein brav spinnelein kommen wir jetzt hier durch ja oder nein ja doch ist am netz ich sehe nur das obere netz jetzt sehe ich das andere fehlt hier noch jetzt ist es weg ich stehe erst mal hier wo stein er nimmt den größeren oh gott hier ist so ein rasen sprenger war ich noch eine gute idee nebenbei hier ist ein rasen oh ne fliege na toll hier ist ein grüner käfer ich habe kein anderes problem auch eine mehrere augen groß gelber arsch die bewirkt sich nicht hatte jetzt geht sie weiter nachdem man mit dem mit dem bogen abschließt rennen die erst mal weg bist du sicher du kannst runter kommen wird da neben dir ist auch eine neben deinem stein hoch wir müssen weiter wir müssen weiter aber wohin wo ist denn eine da siehst du sie die frage ist die frage ist was sind das dafür die sieht mich ich komme zu dir rüber ja stehe hier im schleim von der fliege auch nicht schlecht lecker wir müssen da weiter da drüben zum sehe ich aus wie frischfleisch oder was muss auf den kopf schießen so ich will die feine wieder haben ich komm wohin weiß ich nicht dann loslauf hier ist noch klee den könnten wir mitnehmen aber wir haben keine schaufel also ich nicht hier ist auf jeden fall was zu trinken aber wir haben keine zeit den klee zu sammeln oder klar mir das sagst du mir dann kommt ich habe gerade ein anderes problem 2 habe ihn das war ein klee auch fliege fliege weg trinken noch was hier ist gerade ein wasser tropfen auch dann haben wir schlecht klingen pass auf da ist die spender diese fliege so komm weißt du wohin nein aber erst mal ein bisschen weiter weg von den spinnen tieren mal kommt mal was das eine klobe mit blüten auch ja eine frage ist da vorne ist noch mehr klee ja dann so laufen wo sind laufen was ist das denn hier und eine andere spinne guck mal das andere große spinne was machen die denn da wo bist du hinter dir toll äh hier ist auch ähm linksland hier ist wasser guck mal in die höhe da siehst du kein vogelhäuschen siehst du meinen namen hier ja kommt da kann ich schwimmen ja das noch mehr clay hier ist richtig viel clay das brauchst du wir brauchen das ja auf dem bauen rein theoretisch wäre ja viel besser wenn ich es kriege hier ist das vogelhäuschen vogelbecken links bums vogelbad ja vogelbad waldrode ja kommen wir da irgendwo hoch ja wir sollten erst mal nur besuchen aber ich dachte mir dass man gerne claim wenn du hängst ja hier ist auf jeden fall marini große baumwurzeln also es klingt jetzt hier nicht so gut sage ich dir mal so ne ich habe hier clay mach du mal weiter häuschen baum ja wir sollten schon mit gerne da hoch bei dem vogelhaus aber ob man da hochkommt ist nicht zweite frage sagen wir dieses lila kann man doch bestimmt essen dann was da dran hängt an dem aber bestimmt das sieht aus wie vogelbeeren vielleicht ich weiß das nicht aber so eine witz wo wir hier wohnen hat hier so gott der lief meine häuschen bauen ich muss mal gucken ob ich da hochkomme ich glaube man kommt bestimmt auf das vogelhäuschen barry chunk soll man nicht essen wer hat das geschrieben siehst du nebenbei das wiki immer beim spiel wenn ich hier was so was ist mit dir sie ist immer so ein kleines wiki wenn ich am spiel bin ja so wir sollten complete marker die monstermark ersetzen ich versuche mal da hoch zu kommen auf das vogelhaus ich habe eine berry gefunden muss ich irgendwie abhauen hier ist noch clay wir haben so viel kleiner herrner ja wir brauchen ja auch ganz viel aber auch ganz viel und hier oben kommst du nicht weiter nach ich dachte wir würden über geäst oder so da hoch kommen so war mein plan ja aber ist nicht über bloß nicht runterfallen wo bist du ich glaube ich hab mir gerade meine beere ich glaube ich hab mir gerade meine beere irgendwie klappt das nicht ach loll was denn ich bin mal voll mhm berry chunk berry leather leather was ist berry leather beerenleder beerenleder und nicht essen und wir müssen wir erforschen haben wir auch schon mal eine mission für dich was ist denn das wenn man wüsste wie man da hochkommt kommt da bestimmt drauf davon kannst du ausgehen wie machte man nochmal diesen diesen ähm wegweiser utilities da dieses trailmaker ne markern ja ich brauche zwei springs und cloverleaf hast du cloverleaf ne 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 aber dann sind wir hier ja und springs hole ich mir warte hast du eichel zeug dabei ja warum bräuchte eine eichel fell eine äh hab ich gibst du mir die warte ähm q ne g ne z ach z warte das z inventory full come on ich brauche diese marini gottseidak ich brauche hier cloverleaf ich will dann mark ersetzen jetzt zwei cloverleaf ja warte dann gib mir ich will einfach nur auf dem ding ein mark ersetzen ob das ausreicht da wo sind die jetzt hingeflogen hä warte marienkäfer die jetzt oder was kann doch sein dass sie die frisst ja ich hole mir einen ich hole mir welche ja hol die mal einen ne weil dann kann ich mir eine schaufel craften so ja der 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 mit hauszug hoppen voll mittlerweile von einem zeug so dann werde ich jetzt hier ich weiß nicht ob wir den oben drauf setzen müssen oder hier einfach nur drauf setzen müssen ich werde jetzt einfach marke machen wir setzen ja trail maker ist das doch ne geht nicht auf geht nur daneben gemeint es hilft probiert es nimmt man denn da ich weiß nicht was ich dann nehmen soll das ziemlich dunkel ja und der wasser gleich nichts machen tun hat die mich hat nicht geholfen für die quest aber irgendwas müssen wir doch müssen wir jedoch finden vielleicht